Der Palastplatz ist ein zentraler Stadtplatz in St. Petersburg und liegt auf der Verbindung zwischen dem Nevsky-Prospekt und der zur Vassili-Insel führenden Schlossbrücke. Er war Schauplatz verschiedener Ereignisse von weltweiter historischer Bedeutung, unter anderem des Petersburger Blutsonntags und der Oktoberrevolution. Das älteste und bekannteste Gebäude am Platz ist der barocke, weißgrüne Winterpalast der russischen Zaren, der dem Platz seinen Namen gab. Obwohl die angrenzenden Gebäude im klassizistischen Stil errichtet wurden, fügen sie sich perfekt in Größe und Rhythmus des Winterpalastes ein. Die gegenüberliegende, südliche Seite des Platzes ist bogenförmig von Georg Friedrich Fütten im späten 18. Jahrhundert entworfen worden. Die Pläne wurden jedoch erst ein halbes Jahrhundert später verwirklicht, als Alexander I. einen Platz als riesiges Monument im Andenken an den russischen Sieg im Vaterländischen Krieg gegen Napoleon plante und Carlo Rossi beauftragt wurde. Die bogenförmigen Gebäude des Generalstabs im Stil des Apaya zu entwerfen, in die ein doppelter Triumphbogen mit römischer Quadriga integriert ist. Im Zentrum des Platzes steht die Alexander-Säule, die von Auguste Demund-Ferrande entworfen wurde. Die Säule besteht aus rotem Granit und ist mit 47,5 Meter die höchste ihrer Art auf der Welt. Ihr Gewicht beträgt 500 Tonnen.